Hallo zusammen! Heute beschäftigen wir uns mit dem V5-Temper. Wie Sie sehen können, hat sich sein bewährtes Design nicht verändert. Aber was sich geändert hat, ist die Möglichkeit, ihn anzupassen. Schauen wir uns an, was man jetzt seinen Griffen ändern kann. Also ich habe hier den normalen V5 mit dem Aluminiumgriff. Wie Sie sehen können, hat er das Decent-Logo auf der Oberseite. Hier in dieser Schachtel ist unsere neue Version der Griffe aus der Zusammenarbeit mit Wiedemann. Schauen wir mal rein in unsere neue Verpackung. Wir haben uns entschieden, die neue Version des V5-Tempers aus Olivenholz zu zeigen. Der einzige Unterschied ist, dass wir das Design im Inneren der Griffe geändert haben, so dass man jetzt neue, handgefertigte Griffe anbringen kann. Wir haben nicht nur den Griff in dieses schöne Olivenholz geändert, und es gibt noch weitere Optionen, die wir gleich zeigen werden, sondern weil dies eine Zusammenarbeit zwischen Wiedemann und Decent ist, haben wir das Produkt, den Wiedesen-Temper genannt. Hier vor uns haben wir die gesamte Palette der V5-Temper. Links haben wir den schwarzen Vollaluminiumgriff. Gleich daneben ist der aus Räuchereiche, und der in der Mitte ist ganz aus Walnuss, und hier ist der aus normaler Eiche, und der am Ende ist aus Olivenholz. Gibt es irgendwelche Gewichtsunterschiede zwischen den einzelnen Modellen? Ich habe sie alle gewogen, und zu meiner Überraschung und Freude waren die Unterschiede mit etwa 10 bis 15 Gramm sehr gering. Es ist wirklich cool zu sehen, dass es keine Rolle spielt, welche Griffe man bevorzugt. Das Gewicht und die Art und Weise, wie sich das auf das Tempen auswirkt, ändern sich nicht. Es ist also wirklich nur eine Frage der Wahl, welchen man bevorzugt, und welche am besten zur DE1 daheim passt. Einige der Merkmale des V5 sind dem V4 sehr ähnlich, denn er ist ein Nivellierungstemper. Diese Nivellierplatte liegt einfach auf dem Prüsib auf, sodass jeder Temp gleichmäßig ist. Dank der Nivellierplatte ist es nicht nötig, seine Fähigkeiten zu verbessern, um einen gleichmäßigen Temp zu erzielen. Wenn sie noch nie versucht haben, ihre Fähigkeiten für einen gleichmäßigen Temp-Vorgang zu verbessern, kann das durchaus ein wenig schwierig sein. Aber wenn man es einmal geschafft hat, ist es wie Fahrradfahren. Aber dieses Produkt ist so konzipiert, dass sie sich nicht abmühen müssen, sondern sofort das Ergebnis einer guten Extraktion erhalten. Dieser Temp ist sehr unkompliziert und einfach zu handhaben. Wir alle lieben individuelle Anpassungsmöglichkeiten, ob es sich nun um einen Espresso handelt oder um die Hilfsmittel, die wir verwenden. Wir haben die Möglichkeit, die Ausstattung unserer Bar an die Optik unserer Umgebung anzupassen.